Servus, ich bin der Rego und ich trinke Bier. Heute gibt es ein Münchner Bier aus dem Münchner Westen, ein Hardener, vom Hardener Bräu, ein IPA, IPA ist ein Bier, das ihr am besten magt, passt schon wieder. Ein wunderbarer, schöner, feinporiger Schaum, leicht trüb, gelb, bernsteinfarbenes, der und dieser Hoppengeruch, das ist das, was ich einfach so mag. Gut, leichte Zitrusaromen, natürtrübes, obergieriges Bier, Gerstenmalz, Emmermalz, Weizenmalz und Gerstenröstmalz. Vom Gyrgbräu, das ist ein grosser Hardener, Gyrg, Gyrg, Gyrg. Ah nein, das verwechsel ich jetzt mit diesem Neugyrg von der Alt-Neuhauser Feuerwehrkappen. Recht gut, eine angenehme Bittere, auch im Abgang, bleibt eine angenehme Hopfenbittere über. Leicht, für mich ist eine leichte orange Mandarine dabei, da schreiben wir uns nicht, was sie für Hopfenbittere haben. 6% Alkoholschäumen drauf, gut, schmeckt man. Von dem Brei, werden wir mal ein paar andere Biere auch noch holen. Mal schauen, wie haben wir die auch noch schmecken. Ein bisschen Nachschwamm noch, damit wir schauen, wie es rausgeht. Ein herbes, angenehmes IPA aus München. Naturland zertifiziert, da muss er was sein. Ich begrüße euch. Servus, bis zum nächsten Mal. Nachschwamm wir. Ich hab mich. Mal schauen. Wir sehen uns. Vielen Dank.